nein falsche waffe so okay ich halte den vorderen aus okay jetzt los stehe auf so so shit nein so 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 mit einem schlag beide dem muss ich wieder mit der so muss ich weg hier oder wie sieht es aus wo muss ich hin wo muss ich hin okay ich muss da wieder her muss ich irgendwie raus oder was ist los ach and the fuck wo muss ich hin verstehe ich nicht ich weiß nicht wo ich hin muss hallo ich muss dich hin ich habe keine ahnung wo ich hin muss ich habe keine ahnung wo ich hin muss hallo sie irgendjemand noch leben da oder wie sieht es aus mit ich höre nur polizeisirenen mehr aber auch nicht hallo das gibt es doch nicht moment mal wo muss ich denn jetzt hin erst mal revolver nehmen weil sowieso die geilste waffe überhaupt ist hallo hä wo muss ich denn jetzt bitte schön her neu starten das muss ich jetzt einfach neu starten weil irgendwie komisch oh scheiße so nein so alter scheiße 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 lernt denn o denn so macht man das so das war knapp okay noch mal also ich hab mich durch das geräusch erschrocken es gibt es doch nicht du siehst geräusch weiße so behindert einfach nur alter dieses geräusch gerade das war einfach so unbeschreiblich heftig die so übelst erschrocken habe das gibt es doch nicht warum müssen das immer so komische laute hier sein zwar ganz ehrlich warum warum glocken denn hier die leuten scheiße nein letzte chance vorbei scheiße ok 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 noch jemand der gucken will ok ok jetzt werde ich den töten dem bastard da oh shit oh shit oh shit look at that wirklich musste er jetzt auch noch so rumlaufen das gibt es doch nicht ja mann so jetzt nochmal ok jetzt die beiden hallo nicht so voreilig nicht so schnell du scheiße oh shit oh ok 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 perfekt hat er sich jetzt gerade selber getötet oh shit scheiße das war das das war gerade nicht wie soll ich denn jetzt zum auto gehen ich würde mich verarschen wollte mich verarschen parenting scheiße Oh, Mist. Okay, ich laber jetzt zwar hier gerade nicht sehr viel, aber das ist mir egal. Hauptsache, ich schaffe diese Scheiße hier. Gibt es doch nicht. Holy Shit. Da war ein Polizist. Ach, äh, ein Gangster. Ich nenne die jetzt einfach mal Gangster, weil die so cool sind. So, Waffe nehmen. Ja, da kommen sie. Scheiße. Das ist so eine gute Frage. Das werde ich doch nicht schaffen. Das werde ich auch nicht schaffen. Fuck it. Fuck it. Soll ich da bitte schön hinkommen, ja? Wie soll ich da hinkommen? Ohne, dass ich gesehen werde vom Laser. Das geht doch gar nicht, oder? Das geht doch gar nicht, oder? Doch, das geht. Ich weiß, das geht. Ich weiß, das geht. Das geht auf jeden Fall. Oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt kommen die da alle rein. Jetzt kommen die zu mir. Die kommen zu mir. Und dann schießen. Okay. Bei mir passieren gerade creepy Dinge. So, jetzt aber, ey. Komm, ist mir egal. So, los jetzt. Nein. Komm schon, ey. Oh, den habe ich noch gar nicht getötet, ey. Ich habe den gar nicht getötet. Ich habe gedacht, ich habe den getötet. Ist ja gar nicht tot, weißt du? So, jetzt nochmal. Oh man, warum ist es nicht auch immer von hinten kommen? Diese scheiß KI, weißt du? Diese scheiß KI. Okay. Das Plakat von GTA 5 verabschiedet sich gerade bei mir. Wow, das war knapp. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Look at that. Look at that. Nein. Dieser scheiß Sniper da unten. Ne, das gibt mir doch... Das kann doch nicht sein, ey. Ich wollte mich doch alle verarschen. Oh. Okay, der hat die Waffe. Ja, ist klar, weißt du, ey. Ja, gut. Der ist wenigstens tot jetzt. Hat war er nicht tot, ne? Okay. Ich hole mir jetzt die Waffe hier. Kill den. So.